Hallo, ich bin Frank und grüße herzlich von der Villa Saint-Pastor, einer Finca von Finca Yorker. Ein tolles Anwesen für viele Menschen, kleine Kinder, Opas, Omas, Onkel, Tanten. Hier kann man sich bestens erholen, kann grillen, sich entspannen. Ja, und wenn man Lust hat, liegt der Strand in der Nähe und da fährt man zum Strand und wieder zurück und freut sich abends auf das wunderbare Gelände. Viele Grüße und alles Gute. Finca Yorker, Urlaub dir was.